Am 11. März 2015 versteigern wir vom Auktionshaus Künker in unserer Auktion 261 eine Spezialsammlung Schleswig-Holstein und Dänemark aus dem Besitz von Kurt Zentini. Über die Geschichte dieser Herzogtümer sagte einst Henry John Temple, Premierminister von England, folgendes. Nur drei Menschen haben die schleswig-holsteinische Geschichte begriffen. Prinz Gemahl Albert, der ist tot. Ein deutscher Professor, der ist wahnsinnig geworden. Und ich. Nur habe ich alles darüber vergessen. Ganz so kompliziert ist die Geschichte Schleswig-Holsteins nicht, aber man kann manchmal schon ein wenig durcheinander kommen bei den vielen verschiedenen Geschlechtern, unter denen sich die Herrschaft aufteilte. Aber mit Münzen geht alles leichter. Hier also der numismatische Überblick über die Geschichte des nördlichsten Bundeslandes. Alles begann mit dem Dannewerk, einer von verschiedenen dänischen Herrschern errichteten Grenzbefestigung, mit der sich die Dänen gegen die aggressive Expansionspolitik der Karolinger schützen wollten. Im Schutz dieses Walls blühte und gediehe Haithabu als internationales Handelszentrum unter dänischer Kontrolle. Diese Münze des dänischen Königs Harald Blauzahn wurde in Haithabu geprägt. Ihr Motiv ist auf Anhieb nicht so einfach zu erkennen. Tatsächlich ahmt sie die wesentlich bekannteren Münzen Karls des Großen aus Doristat nach. Leider konnte der dänische Stempelschneider nicht lesen oder gar schreiben, sodass er die Legende zu wilden Ordamenten auflöste. Haithabu blühte und gediehe bis ins Hochmittelalter. Doch im Jahr 1066 wurde es verwüstet und nicht wieder aufgebaut. Stattdessen errichteten sich die dänischen Könige eine Residenz im nahegelegenen Schleswig. Sie machten aus dem Herzogtum Schleswig zwischen dänischem Kerngebiet und deutschem Reich eine Sekundogenitur für das dänische Königshaus. Und die fiel mittels einer glücklichen Heirat an das deutsche Geschlecht der Schauenburger, das bereits über die Grafschaft Holstein gebot. Zwei Jahrhunderte lang versuchten die Schauenburger aus Schleswig und Holstein ein erbliches Herzogtum zu schaffen. Es gelang erst Adolf VIII. von Rendsburg im Jahr 1440. Zu dumm, dass der ohne männlichen Erben starb. So wählte die Ritterschaft von Schleswig und Holstein sich einen neuen Herrn. Sie entschied sich für Adolfs Neffen, den dänischen König. Damit war Schleswig-Holstein 400 Jahre lang Teil des Dänischen Reichs. Das Gebiet zwischen Dänemark und deutschem Reich verfügte über eine mächtige Ritterschaft, die durchaus in der Lage war, in die dänische Reichspolitik einzugreifen. So setzte der schleswig-holsteinische Adel im Jahr 1523 den ungeliebten König Christian II. ab, um den Herzog von Schleswig-Holstein, Friedrich I., zum König zu machen. Hier sehen wir eine seiner Münzen aus diesem Jahr, einen Doppelschilling. Auf der Vorderseite begegnen wir dem Herzog als schwer bewaffneten Krieger. Auf der Rückseite ist das Wappen Schleswigs abgebildet, zwei blaue Löwen auf goldenem Grund. Das Wappen ist leicht vom Dänischen zu unterscheiden. Das zeigt nämlich drei gekrönte blaue Löwen mit neun roten Herzen auf goldenem Grund. Auf Friedrich I. folgte sein Sohn Christian III. Der war seit seiner Teilnahme am Reichstag von Worms ein überzeugter Anhänger Luthers und setzte die Reformation sowohl in Dänemark als auch in Schleswig-Holstein durch. Wir sehen den Herrscher hier auf dem ersten dänischen Thaler im Renaissance-Stil, geprägt in der Stadt Flensburg. Auch hier trägt der Herzog eine Rüstung, aber sein Kopf ist von einem modischen Barrett bedeckt. Bemerkenswert ist dieser Goldgulden, der 1536 in Schleswig nach dem Vorbild der rheinischen Goldgulden geprägt wurde. Er nimmt keine Rücksicht auf die reformatorische Skepsis gegenüber Heiligen. In bester katholischer Tradition ist auf der Vorderseite der heilige Andreas abgebildet. Es war eben letztendlich wichtiger, einen weit verbreiteten Münztyp zu prägen, als auf den Münzen irgendwelche religiösen Grundsätze zu verteidigen. Im Jahr 1544 zahlte König Christian III. seinen auf Schloss Gotthorp residierenden erbberechtigten Halbbruder Johann Adolf aus, indem er ihn in beiden Herzogtümern zum Mitregenten machte. So entstand die Linie Schleswig-Holstein-Gottorp. Im Wappen führte der neue Herzog die beiden blauen Löwen von Schleswig, das Nesselblatt für Holstein, den Schwan für den Gaustoman im Südosten, den Löwen als Erbe von Norwegen und unten den Dietmarschen Reiter. Der Herzschild mit Balken und Kreuz steht für den Titel Graf zu Oldenburg und Delmenhorst. Eben diesem Johann Adolf von Schleswig-Holstein-Gottorp, hier auf einem Reichstaler von 1606, gelang es, eine gewisse Unabhängigkeit von seinem Bruder, dem dänischen König, zu erzielen, indem er durchsetzte, dass sein Landesteil Holstein Teil des Römischen Reiches sein sollte. Schleswig blieb dänisch, noch war das kein Problem. Der dänische König hatte nämlich andere Sorgen. Inzwischen hieß er Friedrich II. Wir sehen ihn hier auf einer Münze von 1572. In seinem Wappen führt er die drei Kronen Schwedens. Das empfand der schwedische Herrscher Erik XIV. als Provokation. Der Krieg, der sich zwischen den beiden ehrgeizigen Herrschern daraufhin entspann, ist deshalb als der Drei-Kronen-Krieg in die Geschichte eingegangen. Krieg führen ist teuer, damals wie heute. Über drei Millionen Mark ausgeprägtes Silber musste die Münzstätte von Kopenhagen ihrem König liefern. Das war mit den damaligen technischen Mitteln nicht möglich. So entschied sich der Münzmeister zu Beginn des Krieges ausschließlich goldene und silberne Klippen herzustellen, weil die viereckigen Schrötlinge wesentlich schneller zu produzieren waren als die Runden. Dieses Stück mit dem wirklich einfachen Münzbild ist ein Beispiel für diese Emission. Kein Wunder, dass auch dieser König die Erbansprüche seines jüngeren Bruders Johann möglichst einfach und billig aus dem Weg schaffen wollte. Er gab auch ihm ein Stück Schleswig-Holstein. Die Linie Holstein-Sonderburg entstand daraus. 1622 starb Johann. Dieser Reichsthaler aus dem gleichen Jahr erinnert an seinen Tod. Staatsrechtlich wäre es ihm eigentlich verboten gewesen, seinen Besitz unter seinen Söhnen aufzuteilen. Doch der dänische König war mit grosser Politik beschäftigt und versuchte, den Religionskonflikt des Dreißigjährigen Krieges zu nutzen, um seinen eigenen Einflussbereich zu vergrössern. So konnte Johann ohne irgendeinen Protest des dänischen Königs sein Gebiet unter den Söhnen aufteilen. Es entstanden die Linien Augustenburg und Glücksburg. Dieser wunderschöne, breite Reichsthaler wurde von Herzog Christian von Holstein-Glücksburg im Jahr 1671 zu Repräsentationszwecken geprägt. Er entstand anlässlich des Todes seiner Gemahlin Sibylla Ursula und zeigt, wie Engel die Seele der Verstorbenen in den Himmel geleiten, während das Gerippe zurückbleibt. Aber zurück zum dänischen König Christian IV. Der sah sich als selbsternannten Verteidiger des lutherischen Glaubens gegen die Macht des Kaisers. Friedrich III., sein Vetter in Gotthorp, neigte zur kaiserlichen Partei. Der innerfamiliäre Streit bot einen fruchtbaren Nährboden für einen Krieg, in dem dänische, schwedische, kaiserliche und protestantische Truppen das Land verheerten. Nach dem Dreißigjährigen Krieg waren die Herzogtümer verwüstet und der dänische König hatte deutlich an Macht eingebüßt. So gelang es Friedrich III. von Holstein-Gottorp, die Unabhängigkeit seines Herzogtums von Dänemark durchzusetzen. Dänemark war zu sehr mit seinem Krieg gegen Schweden beschäftigt, um etwas dagegen zu unternehmen. Diese Münze erinnert an einen Sieg der Dänen. Auf der Rückseite sehen wir die Hand Gottes, die eine Hand des schwedischen Königs abhackt, weil er sie nach der dänischen Krone ausstreckt. Dieser Krieg dauerte mit wenigen Unterbrechungen bis 1720. Erst Friedrich IV. unterzeichnete am 14. Juli 1720 den Frieden von Frederiksborg. Wir sehen den König hier auf einem Speziedaler von 1704 mit dem berühmten dänischen Elefantenorden. Er erhielt im Friedensvertrag das gesamte Herzogtum Schleswig zugesprochen. Das Herzogtum Gotthorp war der Verlierer. Als hochverschuldeter, auf Holstein beschränkter Kleinstaat verlor es jede Bedeutung. Auf den Vertrag von Frederiksborg folgten 80 Jahre Frieden. Die dänischen Könige entfalteten in dieser Zeit zahlreiche wirtschaftliche Aktivitäten. Daran erinnert dieser Doppeldukat aus Guinea-Gold, der auf seiner Rückseite die feste Christiansborg zeigt. Sie hatten die Schweden dort erbaut, wo heute Garnas Hauptstadt Accra liegt. 1658 war es den Dänen gelungen, Christiansborg zu erobern, wovon der stolz wehende Dannebrock zeugt. Immer wieder erinnerte der dänische König stolz auf seinen Münzen an Christiansborg. Schleswig-Holstein kam in diesen Jahren vollständig unter die Kontrolle des dänischen Königs. Auch wenn ein Verwalter in Gotthorp saß, wurde Schleswig von der deutschen Kanzlei in Kopenhagen verwaltet. Für Holstein war die Glückstädter Kanzlei zuständig. Die wirtschaftliche Blüte endete mit den napoleonischen Kriegen, aus denen Dänemark als der große Verlierer hervorging. Der Staat war bankrott, die Flotte verloren. Dazu musste Dänemark, Norwegen an Schweden, Helgoland an England abtreten. Und dazu sah sich Friedrich VI. in Schleswig-Holstein mit einer liberal gesinnten deutschnationalen Bewegung konfrontiert. In Dänemark gab es ebenfalls eine Nationalbewegung. Die wollte Schleswig bis zur Eider ins Königreich inkorporieren. Und damit hatte man einen prächtigen Grund zum Streit. 1848 kam Friedrich VII. auf den Thron. Dieser Speziedaler wurde auf seinen Regierungsantritt geprägt. Er zeigt auf der Rückseite den verstorbenen Christian VIII. mit der Bürgerkrone aus Eichenlaub. Während man in Kopenhagen über eine dänische Verfassung diskutierte, fühlten sich die deutschnationalgesinnten Politiker in Schleswig-Holstein inspiriert, sich durch eine Revolution dem Deutschen Reich anzuschließen. Man wäre ja bereit gewesen, den dänischen König in Personalunion als Herzog von Schleswig-Holstein anzuerkennen. Aber der lehnte ab. Er wollte Schleswig in seinen Reichsverband integrieren. Es kam zum Krieg, der mit dem Status quo 1852 endete. Zufrieden war damit keiner. Die Dänen wollten immer noch Schleswig annektieren. Die Deutschen begannen in der schleswig-holsteinischen Frage, ein nationales Anliegen zu sehen. Als 1863 Christian IX. auf den Thron kam, nutzte Bismarck die Gelegenheit, den ersten deutschen Einigungskrieg zu führen. Holstein wurde noch im gleichen Jahr kampflos besetzt. Schleswig kam mit der Erstürmung der Düppeler Schanzen am 18. April 1864 unter preußische Kontrolle. Der dänische König musste die Herzogtümer abtreten. Dadurch verlor Dänemark 40% seines Staatsgebiets und ein Drittel seiner Bevölkerung. Die 400 Jahre Personalunion zwischen Schleswig-Holstein und Dänemark waren damit zu Ende. Wir vom Auktionshaus Künker freuen uns, Sie zu unserer März-Auktion 2015 einzuladen. Haben wir Sie mit diesem Film neugierig gemacht, empfehlen wir Ihnen, an unserer Auktion 261 am 11. März teilzunehmen. Sollten Sie weitere Fragen haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.